Willkommen bei Flo und Benze. Ich bin der Flo und in der heutigen 25. Episode arbeiten wir anhand eines Beispieles, wie man sein Ego besser im Griff haben soll. Es geht um Football und es geht um die Frage, wie junge Führungskräfte zu ihrem ersten Mal ins Arbeiten kommen. Wir wünschen dir mit dieser Folge viel Spaß. Ich habe diese Woche ein schönes Beispiel von Führung gesehen oder von Führungsverständnis und zwar hat im Football bei meinem Lieblingsteam der Head Coach ein Verhalten an den Tag gelegt, was einfach zeigt, dass er derzeit sein Ego nicht im Griff hat. Woran liegt das? Er hat wichtige Entscheidungen getroffen, dass er ein Feld mit seines möglichen Tätigkeitsbereiches nicht so gut abdecken kann, wie ein ihm Untergebener. Das ist im konkreten Fall sein Offense Coordinator. Der hat jetzt in dem letzten Spiel das wesentlich besser gemacht, als er das, jetzt kann man argumentieren, jemals gemacht hat. Und in der Pressekonferenz am Tag nach dem Spiel hat er dann folgendes gesagt, danke, der heißt Bill, danke Bill, du hast ein tolles Spiel gemacht. Und anstatt dann einen Punkt zu machen und die Pressekonferenz an dieser Stelle zu beenden, hat er angefangen weiter zu reden und zu reden und hat dann schließlich singemäß gesagt so, ja und übrigens, alle wichtigen Dinge, die das Spiel betreffen, laufen eh weiterhin über mich. Ich habe das letzte Wort und noch so ein paar andere Dinge in dieser Ecke, die einfach zeigen, er hat sein Ego derzeit oder wie auch immer, aufgrund dessen, dass er nicht mehr sozusagen eben in dieser Letztverantwortung steht, was, man sagt, den Gameplan und das Playcalling betrifft, dass er dort das einfach nicht, wie soll ich sagen, nicht akzeptieren kann, derzeit, dass er da nicht ist und umgekehrt, dass wenn er es nicht macht, dass es viel besser läuft. Und ich war total fasziniert eigentlich davon, dass er da gerade so weit weg ist, das irgendwie zu akzeptieren und zu sagen, das, was ich gut kann, und da gibt es eh einiges, was man argumentieren kann, was er gut kann, alles irgendwie, dass er sein Team gut im Griff hat und dass die Motivation hoch ist und dass die Resilience hoch ist und dass es halt einen Teil gibt, den er scheinbar nicht so gut kann und den Fakt, das zu akzeptieren, dass das scheinbar für ihn derzeit unmöglich ist. Ja, ich meine, das war ja bei ihm irgendwie so eine längere Geschichte, was, glaube ich, aber eben dieses ganze Führungsverständnis so interessant macht, dass es dann jetzt tatsächlich rauskommt und man es mal wirklich sieht, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er sozusagen für diesen einen bestimmten Teil kritisiert worden ist und das ist ja immer so ein interessantes Zusammenspiel von seiner Position plus dann irgendwie so den Ergebnissen und eben seinem eigenen Rollenverständnis in der Geschichte, weil dadurch, dass er ja so als Cheftrainer sozusagen gekommen ist, hat er anscheinend schon immer so ein bisschen mit dem falschen Verständnis das Ganze, diese ganze Führung betrachtet, nämlich nicht, also nicht auf der richtigen Ebene von Verantwortung übernehmen und von Extreme Ownership, worüber wir ja oft sprechen, sondern er hat es quasi einfach seiner Rolle als inhärent betrachtet, dass, ja, er macht alles und er muss alles machen und das ist schon vom Verständnis her finde ich so ein bisschen lustig oder interessant eigentlich, dass man schon von vornherein mit so einem Verständnis hineingeht, weil man damit ja nur verlieren kann, weil du ja dann hinten raus sehr schnell das Problem hast, dass du nicht mal dafür Verantwortung übernehmen kannst, weil es dir ja quasi dein eigenes Verständnis nicht erlaubt zu sagen, sozusagen, ja, stimmt, da ist ein Fehler unterlaufen und das war eine falsche Entscheidung, weil dann sägst du ja quasi an deiner eigenen Stelle und das ist ja irgendwie ein massives Problem, aber da merkt man, dass es so ein Teufelsgeist ist, in dem er sich, denke ich, von vornherein begeben hat, weil, wie du es schon eingeleitet hast, dass er sein Ego und sein Führungsverständnis sind einfach sehr durcheinander oder halt sehr, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht sagen oldschool, weil ja, es ist ja quasi eine ganz moderne Situation, in der er jetzt ist und das passiert oft genug, dass es einfach dieses vollkommen unpraktikable Verständnis von quasi einer Führungsposition gibt, nämlich, dass man von A bis Z alle Entscheidungen trifft, aber gleichzeitig nicht die Verantwortung dann für die Entscheidungen hat, sondern du bist halt nur in, wie man das am besten sagt, bei der Position bist du quasi die Führungsperson, ohne dass du dafür etwas leistest, sondern, ja, das läuft halt über dich, aber du hast keine Konsequenzen und das ist irgendwie, finde ich, eine sehr schwierige Situation, wo, glaube ich, ganz viele Problemstellen drin sind. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, wie du das gesagt hast und es hat mich daran erinnert, dass er ja so eine ähnliche Situation eigentlich schon, ich glaube, in der vorigen Saison hatte, wo es nicht so gut gelaufen ist und die Konsequenz war dann, sein, ich glaube, gerade so ein ganzes Trainerteam auszuwechseln unter ihm, also sozusagen der Chef sagt, es läuft nicht so gut, wie löse ich das Problem, indem ich meine halbe Mannschaft austausche und das war, das fand ich damals schon sehr bedenklich eigentlich, weil, ich meine, es zeugt nicht unbedingt davon, dass du beim ersten Mal quasi gut gewählt hast, okay, jetzt kann man das dem Football-Zirkus zuschreiben, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Leute da waren, die er haben wollte und das ist natürlich eine sehr spezielle Hiring-Situation. Wobei, da würde ich gleich einwerfen, eben nochmal diesen Verantwortungsbegriff, weil ja die Frage, die man sich ja dann stellen muss, ist, wer war denn verantwortlich dafür, die auszuwählen, wie du schon gesagt hast und da kann man natürlich alles Mögliche sagen mit, wie quasi dieses ganze Hiring und die Prozesse funktionieren und es gibt einen GM, der das vielleicht eher steuert, aber gleichzeitig ist das ja hintenrum so interessant, weil, okay, sie waren, diese individuellen Trainer waren nicht verantwortlich dafür, dass sie in diese Rolle gekommen sind, aktiv, aber müssen jetzt dann Verantwortung übernehmen für das, was quasi das Ergebnis war. Und das, also so läuft, so sollte es ja nicht laufen, weil wer, also wer, also wer, also wer, wer sollte da die Verantwortung übernehmen? Vermutlich die Person, die im ersten Moment falsch ausgewählt hat, sollte man meinen oder kann man argumentieren? Ja, also ich fand das auch sehr interessant, dass er damals bleiben durfte und einfach sagt, ja, mit den Leuten so singemisch, also das hat er so nicht gesagt, aber das bleibt halt über, mit diesen Leuten kann ich so nicht arbeiten, ich selber bin aber schon toll, deswegen darf ich bleiben und die anderen suche ich mir jetzt neue, mit denen wird es dann viel besser laufen, was zugegeben ist, scheinbar auch tut, aber interessanterweise eben dann zu sagen, ich mache das alles selber und wir haben jetzt noch nicht das Stichwort Delegation gebracht, wo er eigentlich scheinbar ja nicht so stark sein dürfte und das ist wieder oder immer wieder, finde ich, ein Symptom dafür, dass man sagt, wenn wer nicht delegieren kann, dann liegt es sehr oft an so einem Ego-Thema, weil du einfach die Dinge nicht loslassen kannst, den anderen das auch nicht zutraust, sie gleichzeitig vielleicht auch nicht heranführen kannst an das, was es braucht, damit man in Aktion treten kann, damit man diese Verantwortung aus dem Team heraus übernehmen kann und das Interessante gleichzeitig ist ja, wenn wir wieder auf den Football zurückziehen, es ist ja nicht unüblich, dass dein Offense-Koordinator das tut, wofür er eigentlich eingestellt ist, nämlich in dem Fall Place to Callen, also er hat sozusagen, es ist durchaus üblich, das so zu tun und er macht es aber trotzdem nicht so, also das finde ich ja geradezu doppelt schwierig, weil es gibt sozusagen etablierte Prozesse, die man durchaus so machen kann, du machst es nicht, bist dann nicht sonderlich gut noch dazu in diesem Aspekt deines Jobs und also da fehlt es halt dann total irgendwie an diesem Eindruck, wir wissen natürlich nicht, wie intern die Diskussion und Kommunikation ausschaut, der Teil ist klar, aber nach außen hin ist die Wirkung, die es ausstrahlt, verheerend. Ich würde sogar noch den Punkt davor nochmal kurz aufgreifen, weil ich glaube, da kann man auch sehr gut das in die Praxis vielleicht auch in die eigene oder generell irgendwie zurückführen, nämlich genau diesen Zwischenpunkt, wo quasi diese Entlassungen in erster Linie passiert sind, weil eigentlich sind wir ja da schon an einem perfekten Punkt, um Verantwortung zu übernehmen, ohne dass man notwendigerweise dann für sich persönlich oder individuell wirklich schlechte Konsequenzen davon tragen muss. Das Szenario ist einfach, wir gehen davon aus, dass diese anderen Trainer entlassen worden sind. Was ist das Beste, was man machen kann? In der nächsten Pressekonferenz sagen, ich habe offensichtlich falsch evaluiert und habe Personen ausgewählt, die bestimmten Idealen oder Arbeitsprozessen in der Organisation nicht reingepasst haben oder dem nicht irgendwie standhalten konnten, was wir verlangen und ich muss mich selber quasi verbessern, damit ich nicht nur besser evaluiere, sondern genau den Punkt, den du jetzt gesagt hast, in Zukunft den nächsten Trainerstab, den ich hole, besser zu integrieren und denen besser unsere Arbeitsprozesse näher zu bringen, weil das kann mir nicht nochmal passieren, weil ich bin quasi der Cheftrainer und ich muss letztendlich diese Entscheidungen besser treffen können. Also wenn man das nur vergleicht, was ist, wenn er das gesagt hätte im Vergleich zu, naja, naja, mit denen konnte ich nicht arbeiten und wir suchen einfach neue. Also das ist ja, das wirkt ja ganz anders und wieder, in dem ersten Beispiel, was ich quasi länger ausgeführt habe, heißt das ja nicht, dass ich dann als Cheftrainer meinen Job verlieren muss, weil ich habe davor Verantwortung, ich meine, das liegt dann natürlich an der vielleicht höheren Stufe, die dann sagen, ja okay, wenn du viermal hintereinander schlechte Trainerstabe auswählst und die nie involvieren kannst in unseren Arbeitsprozesse, dann ist dein Lehren oder deine Einführungsveranstaltungen sind halt nicht gut, okay, dann musst du, dann versuchen wir es mit jemand anderem, aber da wird niemand über dir sagen, ah, okay, der muss sofort weg, weil da ist Verantwortung übernommen worden mit, ich muss, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe schlecht evaluiert, ich muss besser evaluieren beim nächsten Mal und ich nehme es mir konkret vor, die besser einzugliedern und ich werde das machen und wenn ich das nochmal nicht schaffe, die richtig zu evaluieren und die richtig einzugliedern, dann, ja, dann muss ich wirklich in den Spiegel schauen und dann was ganz Neues ausprobieren. Aber wie gesagt, also es ist ja viel positiver, damit kann man wegarbeiten, das ist so eine ganz andere Grundlage dann geschaffen. Also das ist vollkommen richtig und erinnert mich auch an den Kommunikationsaspekt, der bei ihm jetzt in letzter Zeit sehr interessant ist und auch da glaube ich, kann man wieder sofort den Schluss auf allgemeine Führungsprinzipien legen, also ich glaube, wir möchten ja dieses Beispiel jetzt nicht führen, um irgendwie unsere Football-Ideen da abzuarbeiten, sondern einfach, es ist so, es spricht so für die Wirklichkeit da draußen, wie Sachen in der Führung funktionieren, wie Mitarbeiter Führung wahrnehmen, wie die Außenwahrnehmung von Dingen ist, die man tut und da hat mich mein Chef an Horowitz erinnert, gestern war es, wo er gesagt hat, die Inside-Story muss der Outside-Story entsprechen. Also du kannst nicht innen irgendwie im Team oder was anderes sagen und dich dann zur Pressekonferenz hinsetzen und dann irgendwas da erzählen, was auch immer. Ich meine, kann man natürlich schon, aber es wird immer zurückkommen und die Botschaft, die du bringst, wird nie so authentisch sein, wie es möglich wäre, als wenn du einfach das, was du aus dir heraus vielleicht spürst. Ich meine, er ist schließlich die Repräsentation des Teams nach außen. Ich glaube, so muss man es auf den Punkt bringen. Und das heißt, er spiegelt alles das wider, was im Team passiert, was die Werte sind aus dem Team, was die Ideen sind, was die Prioritäten sind, wie wollen die an Sachen herangehen. Und wenn du da in deiner Message unglaubwürdig wirst, wenn du da unauthentisch bist, also das muss ja, ich meine, viele Kommentatoren haben das ähnlich gesagt. Man braucht ja nicht zu glauben, dass die Spieler zum Beispiel in dem Fall, und die Spieler werden dann das Team eigentlich, so muss man es ja sehen, dass das Spiel, das Team sich solche Aussagen und solche Pressekonferenzen nicht auch mit anschaut. Also ich meine, man sagt zwar, das ist jetzt vielleicht wirklich Football-related, aber man sagt, man muss halt die Schallklappen aufsetzen und die Ohren zudrücken, weil halt diese Media-Attention, die ist halt zu, also das ist einfach nur Lärm, der einem ablenkt. Aber gleichzeitig würde ich da auch wieder sagen, das ist ja dann, also es ist unheimlich spannend natürlich, das wieder in diesem Football-Kontext zu sehen, weil natürlich gibt es eben, wie du sagst, diese Media-Attention und so, aber gleichzeitig finde ich das so absurd irgendwie das Ganze so aufzubauen, dass es ja offensichtlich, also unter Anführungsstrichen offensichtlich ist es quasi allen bewusst, dass du nach außen hin sowieso was anderes sagst als nach innen und die Spieler wissen, dass du das nur für die Medien sagst, aber gleichzeitig ist ja, die Medien wissen ja, dass du es dann nur für die Medien sagst und dann, das ist ja ein Lose-Lose, Lose-Lose-Lose, unendlich für jede Position, weil niemand ist authentisch und als Spieler dann am Ende, wann, wann weißt du, wann, oder sagen wir es als Team-Mitglied, wann weißt du, ob deine Führungskraft oder diese leadership-Position dann echt ist? Weiß ich das, wird mir das vor meinem zum Beispiel One-on-One-Gespräch, wird mir das vor meinem One-on-One-Gespräch, so wie im Studio mit On-Air, geht dann so ein rotes Lämpchen an mit, jetzt bin ich authentisch und dann kannst du mit der Person reden und wenn du rausgehst, ist dann auf einmal, jetzt ist sie wieder die nach außen Wirkungsperson und das ist ja ganz abgesehen abgekapselt von Football und von Medien, das ist ja genau das, was du gesagt hast, diese Authentizität ist ja so entscheidend, weil ja da auch ganz viel Verantwortung damit quasi gestärkt werden kann innerhalb des Teams und vielleicht ein Stichwort, was wir auch noch besprechen können, ist einfach diese ganze, also quasi diese Fehlerkultur ist vielleicht auch ein ganz, ganz interessanter Begriff, weil ich finde das einfach unheimlich spannend, dass es noch immer in ganz vielen Bereichen, fast allen Bereichen, Menschen einfach so unheimlich schwerfällt, selbst bei Kleinigkeiten zu sagen, ja das war mein Fehler, sorry, das habe ich einfach, habe ich nicht gelesen, habe ich komplett verschwitzt, nicht in meinem Kalender stehen gehabt, tut mir leid, ist passiert. Nicht einmal das können viele sagen, obwohl man sich denkt, ja, was ist daran, du hast ja den Fehler gemacht, oder? Also, das ist ja, das wirkt ja wieder so unauthentisch, wenn du dann sagst, ah nein, das war, nein, mein Kalender hat es nicht gesinkt und deswegen war es da. Ja, sprich da einfach nur in das rein, was Jocko einfach mit Total Ownership meint, dass du das von vorne bis hinten einfach übernehmen möchtest und ich bin jetzt nochmal gerade angesprungen, wir haben gesagt, wir wollen heute nicht so über Ziele sprechen in unserem Vorgespräch, aber weil das im selben Gespräch über Horowitz war, weil wir auch gerade in der Firma ein bisschen überlegen, wie könnte man Zielsysteme gut einführen und die Gefahr von Zielsystemen aber auch so da ist und dann kam halt das Beispiel heraus, so dieses, na ja, ich möchte den Superbowl gewinnen und dann habe ich gesagt, na ja, und ich meine, welches Team schreibt sich das sozusagen nicht auf die Fahne und dann war die Antwort von, war dann, na ja, aber ich meine, die wissen ja, dass sie keine Chance drauf haben, oder? Die werden sich das ja nicht als Ziel nehmen und dann habe ich so gesagt, berechtigte Frage, aber wenn du überlegst, also ich meine, wahrscheinlich behaupten von 32 Teams aktuell 30, dass sie als Ziel haben, den Superbowl zu gewinnen und dort ist genau das, was du vorher gemeint hast mit, legen die dann den Schalter um, intern im Team und sagen, ja, liebe Leute, wir wissen ja alle, dass wir das nie schaffen, unter die Top Ten zu kommen und dann gehen sie raus vor die Kamera und sagen dann, ja, und wir wollen heuer Superbowl gewinnen, weil wir sind so super toll und das war ja nicht böse, aber die Hälfte der Spieler kann ich das ja nicht mal annähernd glauben und da würde mich dein Take interessieren, wie du glaubst, dass der Unterschied zwischen der internen und der externen Kommunikation bezüglich dieses, das ist unser Ziel und genau dort wollen wir hin? Ja, also, vielleicht der Disclaimer vorweg, dass man, also ich bin jetzt kein irgendwie Medienforscher oder Medienmarketingwissenschaftler oder wie auch immer, also ich habe jetzt nicht den Blick, mit welchen konkreten Werkzeugen man etwas machen möchte, aber wenn wir jetzt konkret in die Praxis schauen, wie wir das vielleicht auch selber in Teams gemacht haben, verstehe ich, also quasi eben, Disclaimer mal fertig und quasi Klammer auf, davor ist halt, ich verstehe einfach nicht, wieso es so, wieso man quasi eben auf diese Media Attention halt so einen großen Schwerpunkt legt von, in seinem Verhalten auch und in seiner Kommunikation und wieder, mir ist klar, da geht es um viel Geld, da geht es teilweise um Werbung, da geht es um Sponsoren und was weiß ich, also es ist ja klar, dass da natürlich auch monetär was dahinter steckt, aber gleichzeitig würde ich auch da vielleicht weiter argumentieren und fragen, möchtest du quasi, dass dich jemand unterstützt in deinem nicht authentischen Selbst, weil, also klar, wenn man das moralisch mit sich dann irgendwie abhandeln kann, ist voll okay, wenn man sagt, ja, ja, ich spiele halt sozusagen die Rolle, Hauptsache ich bekomme Geld und kann das und das finanzieren, ist voll okay, moralisch muss man sich für sich selbst irgendwie das abhandeln, aber es halt, muss man trotzdem als Frage stellen, will man das oder will man das nicht und da ist halt für mich dann immer so die Überlegung, wie du die Frage gestellt hast, habe ich so ein bisschen zurückgeblickt an die ganzen Teams, wo wir gecoacht haben oder wo ich dann irgendwie auch quasi Cheftrainer war über vielleicht mehrere Jahre oder vielleicht, vielleicht über, also zwischen zwei Saisonen, wo man eben vielleicht so eine Kommunikation anders angeht und es ist, es muss realistisch bleiben und da kann man irgendwie sagen, was man will, aber dieses realistisch bleiben hängt eben mit dieser Authentizität zusammen und dann gleichzeitig führt das ja zu einem ganz anderen Vertrauenslevel und wie du gesagt hast, was macht das für einen Sinn, für ein Team, wie jetzt zum Beispiel dein Team oder das Team jetzt, worüber wir sprechen, dass das offensichtlich es nicht schaffen wird, weil einfach es gibt ganz klare Marker, wo man sagen kann, wenn die und die und die bestehen bei dem Sport, dann kann es einfach nicht funktionieren, weil einfach der Kontext mit den anderen Teams, die es gibt, kann einfach nicht funktionieren, also da muss wirklich, also das ist unrealistisch, ja und das ist das, wo ich mich immer eben frage, wieso man, also das ist echt irgendwie schwer zu formulieren, weil, oder verständlich zu machen, weil für uns ist es vielleicht, oder ich weiß es gar nicht, weil, wie da ist jetzt natürlich viel herumgestammelt, ne, aber der Punkt ist, ähm, wir haben das immer sehr realistisch betrachtet, wir haben quasi gewusst, weil wir eben gewusst haben, was man für ein Team selber hat, was man für Fähigkeiten selber hat, man hat so ein bisschen den Blick auf die Gesamtkontexte und dann hat man sagen können, wenn die und die und die und die Punkte von uns erfolgreich bestanden werden, dann ist es schon sehr gut, dass wir, weiß nicht, für eine Meisterschaft mitspielen können, aber gleichzeitig, kann ich mich erinnern, haben wir immer kommuniziert und auch ich selber, wie wir nicht mehr zusammen, äh, als Trainer unterwegs waren, war die Kommunikation trotzdem immer klar, dass, euch muss bewusst sein, dass wenn die und die Punkte nicht erfüllt werden, null Chance, null Chance, ich kann, man kann nicht dann nach außen hin sagen, ja, aber klar, wir wollen irgendwie Meister werden, also das wird ja weder nach außen noch nach innen, das glaubte ja niemand und dieses, ja, dieses realistische, ich weiß nicht mehr, ob man das irgendwie gut rüberbringen kann oder ob ich das halbwegs sinnvoll herumgestammelt habe. Ja, ich habe vielleicht noch ein konkreteres Beispiel, ohne da zu viel ins Name-Dropping abzuwandern, aber du erinnerst dich zu einer Zeit, wie wir nicht mehr im Nationalteam als Trainer waren, gab es ein neues Turnier für eine neue EM und für mein Gefühl nach für Außenstehende hätte klar sein müssen, dass mit, so wie sich das Team zu dem Zeitpunkt präsentiert hat, was für Möglichkeiten es gegeben hat, dass es definitiv kein Contender war, da irgendwie groß jetzt mitzuspielen und dass die Erwartungshaltung, also das Expectations-Management eigentlich dahingehend ein bisschen angepasst werden hätte müssen. Wir wollen dort schauen, dass wir mitspielen, dass wir irgendwie den Anschluss halten und uns so gesehen von einer vernünftigen Art und Weise präsentieren. Und soweit ich mich erinnern kann, ist vom Headcoaching irgendwie gesagt worden, ich weiß jetzt nicht mehr, hat er gemeint, wir spielen da mit, dass wir das gewinnen oder was, dass wir Dritter werden. Eins von den beiden war die Aussage. Und dann sind die dort hingefahren und haben jedes Spiel massiv verloren und voll auf die Fresse bekommen, wie man sagt. Und ich glaube, die Enttäuschung der Spieler war riesengroß dadurch und ich glaube, und das hat man auch stark gesehen, finde ich nochmal diesen Drop, wie man sagt, also dieses Schlechterwerden nach dem ersten Spiel, weil es scheinbar so unerwartet war, dass man so unter die Räder kommt. Und das hängt für mich wieder ganz viel mit dieser Authentizität zusammen, die du gebracht hast vorhin gerade. Ja, es ist, ja, ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob uns der Transfer gelingt sinnvoll in unseren Erklärungen von dem Sport, der ja irgendwie jetzt sehr spezifisch ist mit irgendwie Turnieren und Teams und es gibt bestimmte Marker und da setzt sich ein Trainerstab zusammen und es gibt eine Liga und so. Weiß nicht, ob uns der Transfer so gut gelungen ist in Erklärungen, aber vielleicht können wir das auf diese Schichtpunkte, die bei uns jetzt immer wieder gekommen sind, nochmal runterbrechen, dass ja das Gesamte als Prozess zu sehen ist. Also sowohl im Sport als auch im Unternehmen oder als Führungskraft, wie auch immer, geht es ja nicht darum, dass ich in eine neue Position komme und dann, also das ist jetzt nämlich der Aufhänger, passt sogar sehr gut, fällt mir jetzt gerade ein, weil dann haben wir nämlich genau dieses Problem, was wir am Anfang beschrieben haben mit dem Trainer, nämlich er ist reingekommen in diese Position und hat qua seiner Rolle die Annahme und quasi sein Auftreten so gelegt, dass er ja der Cheftrainer ist. Und das war der absolut falsche Zugang schon damals, weil so läuft das nicht, das ist ein Prozess. Das sind alles Dinge, über die wir sprechen. Es geht um Beziehungen aufbauen, es geht um Verantwortung übernehmen, es geht um Verantwortung geben, es geht um noch viele andere Dinge, die wir alle auf der Liste haben mit irgendwie Ziele setzen, Teambuilding und so weiter und so fort, da werden wir sicher oft genug noch drüber sprechen. Aber das ist ja ein Prozess, das heißt ich komme rein, ich sozusagen appreciate erstmal, dass ich diese Möglichkeit bekomme, tatsächlich in einer verantwortungsvollen Rolle zu sein und zeige dafür auch ein bisschen eben Humility und Appreciation und gehe nicht da rein und sage, ja hey, ich bin Cheftrainer, du machst das, du machst das, auf geht's und weiter geht's. Sondern es ist ein Prozess, ich muss alle kennenlernen, ich muss verstehen, wie sie bisher gearbeitet haben, da muss ich langsam überlegen, wie bringe ich meine eigenen Arbeitsprozesse rein, wie gebe ich Verantwortung an bestimmte Einzelpersonen, wie mache ich mich verständlich, wie kommuniziere ich und dann komme ich viel eher und quasi in Klammer, wenn ich das dann auch authentisch mache, dann bin ich sowieso der Sieger am Ende, weil dann lernen mich die Menschen so kennen, wie ich bin und nicht erst hintenrum, wo, ich finde, die funktionieren halt nur, wenn man authentisch ist von beiden Seiten, also sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeitenden müssen in einem Umfeld sein, wo sie sich selbst sein können, also wo sie einfach diese Authentizität von beiden Seiten haben können. Deswegen will man ja eben dieses One-on-One-Gespräch so gestalten, dass zuerst die Mitarbeitenden mal sich sozusagen entfalten können mit ihren sozusagen Problemen im Team oder mit der Arbeit und dann entsteht natürlich eine ganz andere Beziehung und dann, wenn alles authentisch quasi entwickelt wird, ist das mit der Verantwortung übernehmen und geben, ist ja dann auch viel einfacher und das ist, glaube ich, der Schlüssel, dass man da einfach versteht, dass das ein Prozess ist, das ist ein Kennenlernprozess von A bis Z. Ich muss mich selber kennenlernen in der Rolle, ich muss meine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen in der Rolle, ich muss mein Team, mein Unternehmen kennenlernen, meine Produkte kennenlernen, also das ist ja, Kennenlernprozess ist so für mich das wesentliche Stichwort bei dem. Ja, ich finde das vollkommen richtig, wie du das gerade sagst und auch in der Priorität, wie man das tut. Vielleicht da noch ein bisschen zu dem Einstieg ist mir einfach auch nochmal Joko eingefallen, der das, er stated ein bisschen die Obvious, also das, was eh klar ist, aber ich finde in dieser Klarheit hilft es einfach noch einmal, wenn du eine neue Stelle übernimmst, braucht es einfach ein bisschen dieses Zurücklehnen einmal, sich der Situation anzunehmen und so für dich als eben neue Führungskraft zu beurteilen, wo stehen die da gerade? Stehen die da so, dass da eigentlich alles super läuft, also gut läuft, sagen wir es mal so, dass da alles eigentlich gut läuft? Stehen die da, dass das zwar jetzt nicht unbedingt so ist, wie es vielleicht laufen sollte, aber ich meine, das Ding tut einfach und das Werkel läuft, wie man so schön sagt? Oder ist da mehr oder weniger Gefahr im Verzug? Und aus diesen drei Möglichkeiten, die du da hast, musst du einfach, also die musst du mal feststellen und die stellst du fest über alles, was du gerade aufgezählt hast, ja, über Gespräche, über Gefühle natürlich auch, wenn du dort reinkommst, was dort gerade läuft, über wie du dich präsentierst etc. Und dann musst du deine initialen Maßnahmen davon eigentlich ableiten, weil wenn dort eh alles gut läuft, ja, dann wirst du da jetzt nicht hoffentlich, ja, nicht reinfahren und alles irgendwie nur aus, ich bin so toll und ich bin da neu und ich mache jetzt alles anders, Aspekten da reinfahren, ja, wenn dort eigentlich eh einiges läuft und einiges nicht so toll, ja, dann such dir doch bitte zwei Maßnahmen oder vielleicht drei aus, wo du sagst, liebe Leute, ich finde das super, was ihr da macht, ich aus meiner Erfahrung würde meinen, auf den zwei Ecken da, da schauen wir jetzt einmal drauf, da führen wir jetzt eine kleine Veränderung durch und dann schauen wir, ob das uns hilft im Team und sprechen drüber. Oder da ist schon gerade Gefahr im Verzug, ja gut, dann wirst du dort reinfahren und dann wirst du Sachen einfach nehmen, wegmachen, ändern, anders einführen etc. Und dieses Framework möchte ich geradezu sagen, dass man das auf der Reflexionsebene klar hat, ich gehe da mal rein, ich schaue mal und dann bewerte ich, ich meine, es gibt für Regierungen diese übliche 100-Tages-Frist, die vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, kommt natürlich viel auf die Situation drauf an, weil wenn dort schon Gefahr im Verzug ist, sind 100 Tage wahrscheinlich zu wenig. Aber es wird zumindest mal eine Woche oder vielleicht auch zwei sein, um einfach mal zu schauen. Und ich kann mich erinnern, unser neuer damals Teamlead für, ja, einen durchaus großen Bereich, der hat sich mal einen ganzen Release lang Zeit genommen, hat dort immer nur ein bisschen geschaut, hat genickt, hat vielleicht den einen oder anderen Tipp losgegeben, aber sonst eigentlich unter Anführungszeichen nichts gemacht. Und nach dem ersten Release, er wollte sozusagen diese ganzen Prozesse einmal durchsehen, nach dem ersten Prozess, also Release, hat er dann sozusagen seine Findings auch durchaus präsentiert und hat gesagt, okay, auf der Ecke, das gehen wir an, das werden wir angehen und dort finde ich, das passt alles gut und dort und dort möchte ich unbedingt Maßnahmen setzen, weil so kann man auf der Ecke nicht arbeiten. Ja, und was da sich, also was finde ich da das Allerwichtigste ist, da herauszuheben, ist genau das Bewusstsein dafür, dass man nicht alles verändern muss und den großen Schlag sofort hitten muss sozusagen. Und das ist gerade, weil du es jetzt auch irgendwie zwischendurch mal erwähnt hast, also gerade für irgendwie neue Führungskräfte oder vielleicht auch jüngere Führungskräfte, die das erste Mal in so eine Position kommen, da ist natürlich viel Motivation dahinter und da ist natürlich viel, viele positive Emotionen, weil man freut sich, man ist glücklich, man ist da motiviert, man hat da vielleicht auch ganz neue Energie getankt durch diese neue Rolle. Aber genau da muss man sich zurücknehmen. Weil ja, wie du es jetzt sehr schön gesagt hast, das Allerwesentliche ist, erstmal zurücklehnen und erstmal die gesamte Situation evaluieren. Und dann, wenn man das richtig evaluiert hat, also das ist natürlich auch so ein Punkt, über den man vermutlich reden müsste, noch ein anderes Mal, mit wie gehe ich überhaupt an so eine Evolution dann ran, weil das für mich irgendwie so ganz viel schon auch mit Erfahrung und so ein bisschen auch mit Tools natürlich zu tun hat, wie kann ich was anwenden oder wie kann ich herausfinden, wenn das irgendwas nicht passen sollte oder wie auch immer. Aber dass man nicht diesen großen Schlag sofort machen muss, sondern wie gesagt, das ist ein Prozess. Man muss erstmal alles kennenlernen, alles evaluieren und dann kann man sich quasi hineinleben sozusagen in diese neue Rolle, eben mit Verantwortung. Und die Verantwortung, vielleicht ist das auch ein ganz, ganz interessanter Punkt eigentlich, dass man ja diese Verantwortung eben wieder, das fällt mir nochmal, das passt finde ich nochmal sehr gut zu diesem Trainerbeispiel, nämlich die Verantwortung muss man sich ja quasi auch erarbeiten erst in der Rolle. Weil die Verantwortung ist, würde ich jetzt fast sagen, unter Anfangsstrichen relativ wenig wert, wenn sie wieder nur aus der Rolle heraus kommt. Also nur wenn du jetzt als junge neue Führungskraft diese Position bekommst, heißt das nicht, dass du nur dadurch jetzt die Verantwortung hast, sondern du musst auch etwas dafür tun, also du musst dann Entscheidungen treffen, du musst quasi deine Arbeit auch gut machen, dann kommt dann folgt Verantwortung. Aber du hast es nicht nur mit der Rolle, da wird dir nicht quasi auch noch Verantwortung überreicht, sondern die muss man sich auch erarbeiten. Und das ist ja eben so ein Fehlschluss, dass man ja denkt, man ist in dieser neuen Führungsrolle und naja, das läuft ja dann. Und klar, dann treffe ich halt Entscheidungen und auf geht's. Und dann komme ich da auf wie der Trainer, dass auf einmal nach zwei Jahren, drei Jahren so, uh, ja da gibt es irgendwie größere Probleme. Und dann ist, ja, dann hat man erst das Problem auf einmal bei sich. Ja, sehr spannend, der Start als Führungskraft. Ich glaube auch, dass wir da nach der eine oder andere Folge drüber machen sollten, weil das einfach ein Riesenthema ist. Und ich glaube, es geht so viel über das Thema Mindset. Also man kann natürlich viel lernen und man kann viel Fachliches mitbringen und dieses und jenes. Aber ich glaube, ganz viel, was dir Erfolg ermöglicht, liegt darin, ob du für dich diese Reflexion klar bekommst, ob dir für dich klar ist, wie du gerade wirkst und wie dadurch dein Wirken ist, was du, ob du deine, wir sagen immer, choose your battles, beziehungsweise sagen wir nicht wir, das sagt Jocko. Und damit hat er auch vorkommen. Du kannst dich nicht in Kleinkrieg verzetteln, du kannst dich aber auch nicht in Maßnahmen verzetteln, die vielleicht wenig bis null Wirkung haben, aber vielleicht allen auf die Nerven gehen zum Beispiel. Das ist ein Punkt, weil ich meine, du löst ja immer Irritation aus mit dem, wenn du neue Maßnahmen setzt, löst das Irritation aus. Ist klar, weil bisher ist es so gewesen und jetzt wird es anders so. Also sich das zu überlegen, wo sage ich einfach, hey, das läuft gut, auch das sagt Jocko oft genug und wenn er dann sagt, du überlegst dir einen Plan und sofern der Plan das Ziel halbwegs erreicht, ja bitte, viel Spaß damit. Du nicht, auch wenn du selber einen anderen Plan hast oder einen vielleicht besseren oder vielleicht im Zweifel sogar eh schlechteren Plan, du nicht einfach den Leuten deinen Plan aufzwingen, nur weil du das in deinem Ego nicht gebacken kriegst, dass es jetzt ein bisschen anders läuft und das Ziel vermutlich eh genau gleich erreicht wird. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt im Ego-Management, ja vielleicht sollte man da irgendwie so ein Wort drum herum kreieren, ja. Also wie sehr hast du dein Ego einfach Tag ein, Tag aus im Griff? Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Aspekt von Führung, an dem sich alle aufhängen nachher nämlich, wenn es dort nicht klappt auf dieser Ecke. Ja, was mir noch eingefallen ist, eine quasi gute persönliche Anekdote oder persönliche Erfahrung ist nämlich genau dieses, also das quasi auch ein wichtiges Mindset ist, dass man als junge Führungskraft oder neue Führungskraft tatsächlich mit dem Mindset reingehen muss, dass man lernt. Man ist nicht dort, um jetzt irgendwie wieder die Welt zu verändern und mit einem Schlag alles zum, unter Anführungsstrichen, in seinen eigenen Augen guten sofort umzudrehen, weil, ja, wieder, das ist nicht irgendwie, da ist keine Humility dabei und das muss der Fokus sein. Also das muss der Fokus sein, ich bin hier, um zu lernen, weil, ja, neue Führungskraft, das erste Mal in der Führungsposition, da kann ich, woher nehme ich mir das, dass ich auf einmal jetzt alles weiß? Und ich sage deswegen persönliche Anekdote, persönliche Erfahrung, weil ich ja doch dann, im Nachhinein sage ich, es war natürlich ein unheimliches Glück, dass ich mit sehr jungem Alter tatsächlich dann auch in bestimmten Bereichen Chefsrolle geworden bin und mich auch dann weiterentwickeln konnte, aber ich zurückgedacht oder im Nachhinein darüber reflektiert, war für mich der wesentlichste quasi Erkenntnisschritt, acht Jahre, nachdem ich begonnen habe, in quasi so einer Führungsposition zu sein. Nach acht Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich habe das Gefühl, jetzt könnte ich, und wohlgemerkt, da war ich auch in einer Führungsposition im Sport, nach acht Jahren habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, jetzt könnte ich richtig gut eine Führungsposition machen. Also nach acht Jahren, ja, acht Jahre bin ich da durchgelaufen und habe gearbeitet in dem Bereich und habe nach den acht Jahren mir das erste Mal gedacht, eigentlich habe ich jetzt genug gelernt oder habe jetzt so ein Verständnis für vieles entwickelt, dass ich eigentlich ab jetzt könnte ich Dinge viel besser und tatsächlich richtig machen. Nicht, dass ich jetzt alles falsch gemacht hätte davor, vielleicht Glück gehabt und auch guten Trainerstab gehabt und super Support gehabt, aber trotzdem war das einfach dieser ewig lange Zeitraum, wo ich mir dann gedacht habe, hm, jetzt habe ich einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Und das war aber eben nur dann, nur dadurch möglich, dass ich nicht irgendwie reingekommen bin und gesagt habe, ah, das passt schon, ich bin irgendwie 20 Jahre alt und ich kenne mich aus und mache die Dinge, sondern wie gesagt, super Menschen um mich herum gehabt, aber es war trotzdem so ein, wie kann ich besser werden? Jedes Jahr aufs Neue, wie kann ich besser werden? Und das hat dann halt, ja, fast zehn Jahre gedauert, bis ich das erste Mal mir gedacht habe, stimmt, jetzt könnte ich Dinge wirklich gut machen. Ich glaube, das ist etwas, was leider bei uns ja nicht sehr stark verbreitet ist. Also du hörst ja von der Schule angefangen, regelmäßig, was Dinge sind, die du nicht gut kannst, sondern denen du dringend arbeiten musst. Und gleichzeitig, das war auch für mich irgendwie ein starker Erkenntnismoment, es fällt einem ja selber üblicherweise die Dinge, die man gut kann, auch gar nicht so auf. Weil alles, was du gut kannst, geht dir leicht von der Hand, kannst du leicht tun, ist kein Aufwand, vielleicht gibt es noch ein paar andere Dinge. Und erst im Vergleich mit anderen oder im Gespräch mit anderen kannst du dann für dich erst feststellen, oh, stimmt, anderen fällt das eigentlich recht schwer. Aha, interessant. Bei mir ist das nicht schwer. Und also über diesen Aspekt erst festzustellen, ah ja, stimmt, das kann ich einfach gut. Und ich glaube, da ist auch wieder, ich meine, jetzt wollen wir nicht quasi ins Predigen verfallen, aber einfach wieder dieses sich bewusst werden, diese Reflexion. Und egal, ob die jetzt unterstützt ist durch eine Art von Tagebuchschreiben oder ob die unterstützt wird durch Selbsterkenntnis auf welche Art und Weise auch immer. Sei bei dir, beschäftige dich mit dir selber, denk darüber nach, schau, dass du im Gespräch bleibst mit Freunden, in Beziehung, mit Kollegen etc. Alles das wird dazu führen, dass du für dich selber einfach besser feststellst, wo tust du dir leicht, was tut dir auch gut und was gibt es Ecken und Enden, an denen du vielleicht dich selber noch weiterentwickeln möchtest. Und wo soll da für dich auch diese Reise hinführen? Ich glaube, das sind durchaus interessante Aspekte, die sich jede Führungskraft mit gerade zu jedem Alter eigentlich noch stellen kann und auch muss. Ja, ich würde eigentlich nur noch abschließend wieder meine Lieblings-istolische Philosophie reinbringen, wo, wie gesagt, Seneca, Markus Aurelius und so, das Wesentlichste ist, jeden Tag ein besserer Mensch, also wie kann ich ein besserer Mensch werden? Und das sind eben nicht die quasi oberflächlichen nach außen Wirkungsziele, sondern wie kann ich ein besserer Mensch werden? Wie kann ich mit mir selber besser umgehen? Wie kann ich mit meinen Mitmenschen freundlicher sein, besser kommunizieren, mir nicht unnötig Stress machen im Kopf? Wie kann ich gesund sein? Und so weiter und so fort. Also das ist ja irgendwie, passt genau zu dem, womit du jetzt abgeschlossen hast, dass einfach dieser Reflexionsprozess muss halt auf einer ganz, ganz, ganz persönlichen Ebene beginnen. Nämlich für einen selber muss man sich die Frage stellen, wie kann ich eben jeden Tag ein besserer Mensch werden? Und wenn man sich die Grundfrage mal stellt, dann wird man sowieso merken, dass sich das in ganz andere Bereiche sowieso sehr schön wie so ein Schneeball dann weiterführt, wie du nämlich auch wieder gesagt hast. Also dann kann ich über reflektieren, über Beziehungen mit Freunden, Beziehungen in der Arbeit, Beziehungen mit der Familie, über Arbeitsweisen, Arbeitsprozesse. Und dann ist quasi dieser Schneeball schon in einer super Richtung unterwegs. Und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Reflexionsteil sich wirklich auch vorzunehmen und ernst umzusetzen. Ja, kann ich, kann ich, ja, also einfach fast gar nichts mehr dazu sagen, außer dass wir heute eine weite Reise gemacht haben eigentlich von, von wie als Führungskraft mit meinem Ego umgehen, wie in der Kommunikation authentisch sein, sowohl nach innen als auch nach außen im Team, um dann über verschiedenste Zielsetzungsfragen eigentlich wieder bei der Reflexion zu landen, die mir helfen kann dabei, einfach, du hast es gerade genannt, ein besserer Mensch zu werden. Ja. Ja, bin gespannt, wie das, wie das tut. Und ja, war, 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 war sehr, war befreiend irgendwie, war, war eine sehr schöne Folge irgendwie, die, die, wo es einfach viel, 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 viele verschiedene Dinge ging, ja. Ja, es ist, es ist tatsächlich, was, glaube ich, die, die Folge jetzt eigentlich sehr gut gezeigt hat, war ja der, der, so die Grundidee, die wir ja versuchen so immer so ein bisschen vielleicht implizit eher rüberzubringen, ist, dass ja dieses ganze Feld von Führung und Management und wie auch immer, welche lustigen, modernen Begriffe man dann auch nennen möchte, hat ja einen sehr grundlegenden, wichtigen Kern, der ja nicht nur sich auf quasi die Arbeit bezieht. Also das, womit wir quasi begonnen haben und jetzt noch irgendwie so diesen Kreis wieder zugemacht haben, ist diese ganze Ego-Frage und Reflektieren. Also das ist halt, glaube ich, für das Leben an sich wichtig und nicht nur, wie ich dann in meiner Führungsposition wirke. Weil, ja, ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man nicht in einer Führungsposition ist, zum Beispiel, zu reflektieren und quasi eben sein Ego im Griff zu haben. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Kern da quasi entscheidet, weil sich das sehr schön dann auf andere Bereiche positiv auswirken kann. Und das ist ja das Schöne daran, dass wenn man die richtige Ebene gefunden hat, dann wird es danach nur besser für alles andere. Absolut, absolut. Ja, wunderbar. Dann belassen wir es jetzt dabei. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.